Die fünffache Sammlung Die Entfaltung der edlen, fünfliedrigen, rechten Sammlung, ihr Mönche, will ich euch weisen. So höret denn und achtet wohl auf meine Worte. Ja, o Ehewürdiger, erwiderten jene Mönche dem Erhabenen. Der Erhabene sprach, Da, ihr Mönche, gewinnt der Mönch, den Sinnen Dingen entrückt, entrückt den schuldvollen Erscheinungen, die mit Sinnen und Nachdenken verbundene, in der Entrückung geborene, von Verzückung und Glückseligkeit erfüllte erste Vertiefung. Und eben diesen Körper lässt er von der in der Entrückung geborenen Verzückung und Glückseligkeit durchströmen. Und fernerhin, ihr Mönche, gewinnt der Mönch nach dem Schwinden des Sinnens und Nachdenkens den inneren Frieden, die Einheit des Geistes, die von Sinnen und Nachdenken freie, in der Sammlung geborene, von Verzückung und Glückseligkeit erfüllte zweite Vertiefung. Es ist, ihr Mönche, als ob da ein Teich wäre, der in der Tiefe eine Quelle birgt, aber ohne Zufluss ist, sei es von Osten, Westen, Norden oder Süden her. Wenn es da nämlich nicht von Zeit zu Zeit regnet, so durchströmen eben die kühlen Wasserströme, die aus der Tiefe des Teiches hervorquellen, jenen Teich mit kühlem Wasser, durchsättigen, erfüllen, durchtränken ihn damit, sodass auch nicht eine Stelle im ganzen Teich von jenem kühlen Wasser undurchtränkt bleibt. Ebenso auch, ihr Mönche, lässt der Mönch diesen Körper von der in der Sammlung geborenen Verzückung und Glückseligkeit durchströmen, durchsättigt, erfüllt und durchtränkt ihn damit, sodass an diesem ganzen Körper auch nicht eine Stelle mehr undurchtränkt bleibt. Das, ihr Mönche, ist die zweite Entfaltung der edlen, fünfgliedrigen, rechten Sammlung. Und fernerhin, ihr Mönche, verweilt der Mönch nach Abwendung von der Verzückung, gleichmütig, achtsam, geistesklar, und er fühlt in sich jenes Glück, von dem die Edlen sprechen, glückselig der Gleichmütige, der Achtsame, und gewinnt so die dritte Vertiefung. Gleich wie ihr Mönche in einem Teich voll blauer, roter oder weißer Lotuspflanzen einige der im Wasser entstandenen, im Wasser aufgewachsenen Lotuspflanzen, die noch nicht über den Wasserspiegel ragen, sich im Wasser nähren und, während ihre Kronen und Wurzeln von dem kühlen Wasser durchtränkt, durchsättigt, vollgesaugt und durchdrungen werden, auch nicht eine von allen diesen von dem kühlen Wasser undurchtränkt bleibt. Ebenso auch, ihr Mönche, lässt der Mönch diesen Körper von dem gleichmütigen Glück durchströmen. Das, ihr Mönche, ist die dritte Entfaltung der edlen, fünfgliedrigen, rechten Sammlung. Und fernerhin, ihr Mönche, gewinnt der Mönch nach dem Schwinden von Wohlgefühl und Schmerz und durch Überwindung des früheren Frohsinns und Trübsinns einen leidlosen, freudlosen Zustand, die durch Gleichmut und Achtsamkeit geklärte vierte Vertiefung. Gleich wie ihr Mönche, wenn ein Mann mit einem weißen Gewand ganz bis über den Kopf verhüllt da sitzt, auch nicht eine Stelle an seinem ganzen Körper unverhüllt ist, ebenso auch, ihr Mönche, sitzt der Mönch da, indem er mit dem geläuterten, geklärten Geist diesen Körper durchdrängt. Das, ihr Mönche, ist die vierte Entfaltung der edlen, fünfgliedrigen, rechten Sammlung. Und fernerhin, ihr Mönche, hat da der Mönch den Gegenstand der Selbstbetrachtung festgehalten, im Geist erwogen, mit Einsicht klar durchdrungen. Gleich wie etwa ihr Mönche, der eine den anderen betrachten möchte, der Stehende, den Sitzenden oder der Sitzende, den Liegenden, ebenso auch ihr Mönche, hat da der Mönch den Gegenstand der Selbstbetrachtung festgehalten, im Geist wohl erwogen, mit Einsicht klar durchdrungen. Das, ihr Mönche, ist die fünfte Entfaltung der edlen, fünfgliedrigen, rechten Sammlung.